Bei einem Unfall nahe Dietingen, Kreis Rottweil, ist am Wochenende ein 46-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte ihn an einer Kreuzung übersehen und war in den Bikereien gefahren. Verletzt wurde auch der Autofahrer und zwei weitere Insassen des Autos. Der schwer verletzte Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr kurz vor 15 Uhr ein mit fünf Personen besetzter VW Golf die Kreisstraße von Dietingen in Richtung Böhringen. Der 20-jährige Fahrer beabsichtigte am Urslinger Kreuz nach links in Richtung Urslingen abzuwiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden aus Richtung Böhringen fahrenden 46-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde vom PKW erfasst und kam 30 Meter nach der Unfallstelle schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 46-jährige Fahrer eines Joppers war den verführerischen Sonnenstrahlen gefolgt und wollte sich endlich mal wieder den Fahrtwind um die Nase wehen lassen. Laut Polizei hielt es sich an das Tempolimit. An der sehr übersichtlichen Kreuzung bei Dietingen nahm die Tour ein abruptes Ende. Damit ist die Motorradsaison im Kreis Rottweil in diesem Jahr sehr früh mit einem schweren Unfall gestartet. So wie der 46-Jährige haben zahlreiche Motorradfahrer im Schwarzwald und auf der Alb das frühlingshafte Wetter genutzt, um in die neue Saison durchzustarten. Doch das schöne Wetter ist trügerisch und birgt eine Gefahr. Und vor allem jetzt muss man damit rechnen, dass die Autofahrer noch nicht so auf Motorradfahrer eingestellt sind. Deswegen ist besondere Vorsicht geboten. Nach Polizeiangaben erlitt der 46-jährige Motorradfahrer Brüche an Armen und Beinen. Er musste mehrere Stunden lang operiert werden, ist aber nicht in Lebensgefahr. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße bei Dietingen voll gesperrt. Die berüchtigte Kreuzung gibt der Polizei und Ortskundigen Rätsel auf. So übersichtlich sie auch ist, passieren hier immer wieder schwere Unfälle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020